So, also, Binky und Hera sind gerade angekommen, haben schon hier alles vollgepinkelt, aber es sind richtig kuschelig beide, ganz knuffig. Der größere ist Binky, die kleineren ist Hera. Absolute Teddys. Ganz zutraulich, am Anfang ein bisschen schüchtern, aber jetzt geht's. Binky! Wir sind gerade halt, haben die vom Transporter geholt. Hat eine anstrengende Fahrt. Hallo? Ja? Ja? Ich wohne ein Ruhige. Nein. Wer ist das? Ist das mal jemand, der hier ist? Was machen Sie, wenn es vielleicht jemand hier ist? Wer ist das? Untertitelung des ZDF, 2020